Oh, wir sind hier vor Armehersts Wohnung und da sind die Kinas drinnen. Ich würde sagen, der Fanggeber kann gleich zum Pürzen beginnen. Ich schicke gleich einmal etwas los. Ich nehme mich auf, ich schlage sie mit ihren eigenen Waffen jetzt. Und weißt du was geil ist, ich habe jetzt die LMG aufgerüstet, erweitert das Magazin statt 131. Alles klar, ja. Oh, der war knapp jetzt. Oh, 1395 Schaden. Was und was? Ich habe jetzt irgendwo hinschossen, wo ich 1395 Schaden gemacht habe mit LMG. Kopf wahrscheinlich ist doppelte. Gut, sehr schön. Ah, da ist der Leiter. Oh, shit. Brauchst du Hilfe? Okay. Ich bin oben reingegangen. Okay. Ja, solange wir zum selben Ort kommen. Ich will mit einem dieser Kinas reden. Teils um herauszufinden, wie sie ticken. Und teils um ihn ganz langsam zu erwirken, während er es mir sagt. Sagt Hallo. Okay, ich glaube ich muss jetzt runter. Ich glaube ich muss jetzt runter. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Siehst du das hier wie ich? Bin weg. Was denn? Oh, shit. Rauf in die Wohnung wieder, wenn es geht. Hoffentlich ist das keine Falle. Warte. Ich inspiziere mal die Wohnung. Okay, da kann man die Stufen rauf dann. Oh, shit. Ich bin. Komm. Weiter rauf. Weiter rauf. Lass ihn in die Wohnung kommen. Ja. Ich begrüße ihn einmal. Da kann man dann Stufen rauf. Und wo kommt man da hin? Wieder raus dann. Nein, das ist eine Sackgasse da oben. Das ist keine Sackgasse. Da oben ist eine Sackgasse. Ich war ja da oben vorhin. Ja, aber hier ist eine Sackgasse. Okay, shit. Das ist nicht gut. Dann war ich woanders. Wow. Da raus, da raus. Geh du rauf. Warte, ich begrüße mich noch eine Granate. Rauf? Ja, geh weiter. Du bist die Leiter. Okay, dann geh ich. Wann soll ich das? Sorry, ich seh's. Ah, da. Oh, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Kannst mir noch was runterwerfen. Oh, shit. Oh, wo ist der Koffer? Oh. 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 Ich habe Amhersts Wohnung. Sie ist auf der anderen Seite des Hofes. Aber sieht so aus, als wäre der die rechte Weg versperrt. Sie müssen den anderen Weg gehen. Oh, super. Oder hat er eh nichts fallen lassen? Nein. Der Battle hätte schon eine Waffe fallen lassen können. Ah, jetzt sind wir da wieder. Ah, jetzt sind wir da wieder. zusammen und herzubringen. Sie machen ihnen den Weg frei. Also gehen sie einfach weiter. Oh. Ein letzter Gegner? Zwei Eliter Gegner? Jep. 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 Oh. dos, das ist es. Ah, ist hing da. Er ist es, er ist. die wohnung ist über ihn erst ist der erzeuger des virus es muss hinweise dafür geben solche leute zerstören die beweise für ihre taten nicht sehen sie sich gründlich um vielleicht wurde sie auch geplündert aber kinderer suchen nicht nach dokumenten oder festplatten und wenn sie glück haben und er muss dort vorfinden bringen sie ihn mit dann kann ich ihm ein paar fragen so viel glück haben wir nicht man wird dir noch träumen dürfen so recht nicht seine wohnung aber das ist nicht seine wohnung müssen wir auf wo bist du darauf doch da kannst du drauf ich hoffe sie haben was wir suchen höchste priorität also schicke ich ihnen ein helikopter aber sie müssen das dach sichern bevor er landen kann spielen sie nicht mit dem feuer bringen sie die beweise sicher zurück gesto ja ich hätte kommen schon weiter so agent das dach muss gesichert werden damit wir die beweise ausfliegen können machen wir es ist der da ist zerstört keine neustart zone gut ich schau wieder oben ok jetzt habe ich mich geschreckt eigentlich soll der ruhm aber nur mal real aus der dark zone ausfliegen war das kontaminierte zeug aber in diesem fall machen wir eine ausnahme ok da kann man nicht mehr rauf da kann man da nur runter also je hoffentlich ja joh warte hier zu und das ist durch mit hier ich hier ich Oh shit. Was machst du da für ein Risiko? Oh, ich hab das nicht gemacht. Ist doch gesichert, oder? Naja, aber sowas tot. Oh, was ist das? Oh shit. Nur wenn das war? Oh. Da wollte ich heilen drücken. Danke. Oh. 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 Oh shit. Oh, das ist noch werbar. Haben wir ein Po. Der Heli mit den Beweisen ist unterwegs zum Hauptquartier. Ich weiß, wir haben Zivilisten verloren. Aber ohne ihr eingreifen wäre es noch viel mehr gewesen. Ausgezeichneter Arbeit Agent. Einführung Waffentalente. So schon. Yeah. 18. 18er Stufe aufgestiegen. Und wie kommen wir hier raus jetzt? Weg spawnen. Huh. Ja, das ist auch möglich. Das stimmt. So. Warte mal, da ist ein Nebeneinsatz. Safe House Hell's Kitchen. Habe ich da noch was? Da werde ich hinkehren. Mhm. Okay. Anhörts. Notizen ändern eindeutig alles. Dann würde ich sagen... Könnten wir uns in das... Kavern... Safe House... Checken. Ich bin schon ins Flatiron. In wo? Flatiron. Okay. Ja, wir werden jetzt aufmunitionieren und so weiter und dann in der nächsten Folge fortsetzen, hätte ich gesagt. Genau. Schöner Schlusspunkt. Bis dann. Macht's uns gut, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.